ARD Text im Auftrag von Funk Ja, wenn ich mal so überlege, dass einfach mal so ein Schuss, den ich einfach abschieße, nur 1400 Schaden macht Meinst du so einen zum Hassloffbauen oder? Ja, ja, brauche ich schon vier, also zehn Schüsse brauche ich schon für so eine kleine Player-Muster Wenn ich jetzt die vier drücke, dann macht das richtig Schaden, warte Bam Ja, mein Blizzard macht also so nur Schaden über die Zeit Da flüstert man zu D2 richtig OP war Jaaa, Alter! Oh, Mob Ja Ja, der war offensichtlich, ja Ja Ja, ich glaube, du bist nicht der gute Hardcore-Spieler Weil da wärst du hundertprozentig schon nix verrückt Bling, bling! Legendary! Jetzt hab ich bitte satt Nehm ich dem Mann statt mein Meteor So Mach ich grad mal 2000 Damage wegen dem Ring Warte mal eben, ich muss mal auch eben zurück Bring ganz schnell, Leute Ihr könnt ruhig schon vorgehen Geht ruhig schon vor Boah Mal kurz gucken, welche der hoffentlich jetzt hat mehr Damage macht gerade Ah, die Bäume sind scheiße, hab ich grad gemerkt Bin auch schon besser Keine Ahnung, ich find's So langweilig Du kannst alles auf Schaden skillen Das ist total Du musst ja dafür nicht Jetzt so primmelig spielen Und Du musst einfach nur denken Und bleibst jetzt einfach mal über euch stehen Kannst du aber Kannst ja trotzdem schön grinden Naja, kannst du nicht unbedingt Äh, ich Werd Äh Trotzdem wie Hardcore spielen Aber keine Ahnung Ich find's total primmelig Oh Ich contact Dafür kannst du das äh machen, was du bei Hardcore nicht machst einfach mal hoch stellen und bisschen herausforderungen haben kannst du auch ja kannst du auch aber ja dann hast du alber verkackt dann hast du die nächste herausforderung nach dem nächsten level 90 90 60 geht eigentlich schnell ganz ehrlich also lange ich will setze auf vier stunden 61 thema Momentan... ...würf her Ja, jetzt finden wir die Öle wieder nicht Habt ihr das gesehen? Kommt da noch ein Bäumchen dazu? Der Keyworden kommt noch dazu Du hast ein Gelber, ja Ja, ich hab gemerkt, dass der Keyworden dazukommt Merk's? Wenn du mal den Atreber angeguckt hast Der wird dir den mal hier Ja komm, Janno, der war... Oh, legst du den Ring! Jawoll! Nein! Ich stirb! Ja! Boah, ich glaub den Ring, wenn ist es noch looten, wa? Oh, crap, ey Das sieht aus... Ey, das sieht sogar, glaub ich, aus wie ein Leroyx-Ring Ja, weh... Ah, ist keiner Ich muss noch ein wenig länger... Ja, warum auf mich, ey? So sinnlos, weißt du? Der geht auf mich auch drauf, Junge Ja, weil du standst vor dem, näher dran Kann hier mal irgendein HP-Dings droppen? Oh, der hat mich gejallt, der Nigger, wa? Ja... Oh, ich hab auch so den Komplik getriggert Ja, der ist auf jeden Fall weg, sorry, bros, wa? Kein Problem Oh... Oh, ey... Ey, das sind langsam Allrounder, ja? Ich hab ja Lust mehr, ey Ja, wenn du willst, kann man runterstellen Ne, ne, lass mal Ich... Revive a corpse La corpse Ah! Oh, der will zart, man Ja! Gerade wieder belebt Ist er schon wieder tot? Ah! Mann! Alter, Mann! Alter, Mann! Bist nochmal gestorben Das ist doch nice Einmal die ganze Runde tot, ey Kill, double kill, triple Pitcher kill! Pitcher kill! Ey, ich hab mich mal im Fisch, ey Mann! Ich hab kein Wort mehr! Ich glaub, Yanno, der regt sich am meisten auf, ey Alter, Mann! Ich hab die ganze Zeit An Merkur Mann! Ah! Mann... es ist nur ein nagelring ja ist im f wenigstens will den einer haben ja das ist als meiner muss noch ein bisschen pushen bessere ringer ich habe einen regen gerade mal mit nur ein bisschen aber wir machen ja sowieso ein bisschen mehr damit das hat gesagt du willst den ring haben was so gesagt ich wäre sowieso kein softcore weil ich will hast du nicht nur mit den crusader auf softcore direkt anfangen hast du das auf tape ja ja ich habe ich will haben ja der will nur sehen wie ich einmal gestorben bin der skiller schlechter keine ahnung der keyboard manchmal der lustigste encounter weil das einmal jailer gemacht er hat nämlich auf 20 prozent gehauen den nigger ja keine ahnung wusste auch nicht das jailer der mensch machen kann hat das nicht beim gelten king auch im ring ja ja den hatte ich aber der war aber nicht so gut hast du den hast du den noch ja den hat er mir glaube ich dann glaube ich das noch geben das ist jetzt dreimal bekommen war ohne scheiß auf akkord ist er den auch schon ich glaube ich glaube ich gehe mal eben wieder um auf ich weiß nicht mit welchen mit welcher ohne war weil sie irgendwie alle scheiße man hat davor da mitgespielt mit der der ruhe die es nicht mehr gibt weil das schon im standard ding drin ist hat welchen und machen das wollte ich ändern 3 wollte ich das ist ja noch den schuss ja wenn die gleich gekettet sind kriegen die pro sekunde das sind waffen schon bei spiel wieder auf mili ja noch mal eben noch mal hier wussten ja mal die hydro weil ich vielleicht aus aber auch noch nicht bei der keyboard im kölzen das weiß ich nicht mehr was ich auf 3 und erst mal wieder so ja vier hatte ich war die rüstung ach so ja die ganze auftragen kannst du auch tragen die geben dir auch noch mal viel ja warte mal eben ich muss mal eben kurz auf die irgendwie auf die meine das sind die stunden aber wenigstens regeneriert man jetzt auch ressourcen wenn man nicht gegner trifft das sind für die die hülle ach ich hab die auch wir könnten ja in die komische höhle da rein so welche höhle ich würde sagen such mal die richtige oder ja nur gerade beim chargen ja ich hab dich gesaved ok vielleicht wärst du nicht von korrekt aber meins wäre ich nicht aber ich glaube hier macht es schon damage äh ja mein geschützt mann der macht gut schon jawohl wir sind an der richtigen höhle ok dann stelle ich hier mal geschütze ouch ich wärme mich gerade erst auf ich bin ich bin jetzt ich ich bin wie lange geht es eigentlich doch ich weiß es gar nicht wie lange der erste art geht da geht was länger aber wir schauen wir spielen brauchen aber dafür sind wir wenn wir drei sind oder so schon 60 wir sind jetzt schon gleich 30 man überlegt nur akt 1 durch waren wir standardmäßig gerade mal 22 25 ja aber auch schon hoch du warst du da vielleicht 16 bis 18 ja stimmt ja 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 jetzt ist aber mal gucken es stimmt wieder dicks drauf ich glaub es dir Wir schaffen ihre Feind und attackieren sich ihre Vorbereitszählen, wie sie ermöglicht ihren Herren meint auch. War arm. Gucken wir mal, was da drauf ist. Es ist dort niedergegangen, wo nur die... Ey, die kannst du gerne haben, wenn du die unbedingt brauchst, also... So ist das nicht. Nein, danke! Ja, das ist ja wieder zu gütig, ne? Mhm. Was nutzen? Was denn? Ja, Preparation kannst du auch für Hassregeneration benutzen. Ja, das ist dumm. Ja, aber nicht, wenn du beim Multishot den Skill reinnimmst, wo du dann Disziplin generierst? Ja, aber es gleicht sich nicht aus. Klar. Nee. Versuch's mal durchzuspammen. Ja, geht noch nicht, weil ich den anderen Skill noch nicht hab. Achso, das hast du noch nicht. Balter Blitz. Okay. Ich mach grad mal... Ich mach grad mal 300 live per Hit. Ja, komm ey. Live per... Hit... 28. Weißt du Bescheid? Ja, passiv hab ich... Live per Hit... äh... 37,44. Ah, lass Maurus wieder offline. Ah, mit 30 muss ich erstmal wieder ein paar Bögen herstellen. Ah, stimmt ja. Gibt's denn für uns mal wieder neue Wochen? 25er haben wir... Muss mal gucken... Okay, man könnte sich eine 2 herstellen, lass mal. Ja... Ja, noch Zeit, alles. Ah, ich hab... Ich kann mir ein paar Sachen neu herstellen, aber mir fehlen noch Mudds. Ah, ne neue... Chestplate wär nice. Oh... Brezzers. Sofort herstellen. Ah, Brezzers könnte ich auch herstellen, aber wenn ich die Legendaries... Ey! Warum krieg ich solche Dinger, mal, wenn ich Low und Mudds bin? Lauer. Warum... Warum krieg ich beim ersten Mal Craften sowas? Ich versteh's nicht... Ehhh... Komm, Frau witch... Piss dich, du. Ah, nice, dafür hab ich jetzt die, hier... ... ... ... ... das ist ja schon wieder was besser oh nice 24er bell muss ich mir auch sofort herstellen auch ein neuner kann ich mir eigentlich auch ein Schild machen als Ding das bringt mir nicht viel ne source bringt dir standardmäßig mehr aber es kann sein dass er ein Schild manchmal mehr bringt also wenn du ne crap source hast hast du noch Smaragde ja ich kann dir sofort euch geben ja gut ich habe mir gerade ein Schild hergestellt ja das gibt mir ja auch nochmal 2% damage ob ich ne recht gute source habe und dick vitality da kannst du ja auch ein Schild herstellen ja noch na ich bräuchte jetzt noch warte mal eben wenn du nichts hast was dir was bringt dann nimm die Serie von mir dann kannst du die dissen ach so du wolltest Smaragde ja wie viele brauchst du denn äh ich habe die Hose auch jetzt mit 2 Sockel hergestellt ja mir fehlen noch 3 Trummerteile fehlen mir 4 Stück eigentlich aber wenn du dann nicht so flass ich habe noch 2 Stern für mich warte hat der noch richtig dicke war ja sonst habe ich nur noch Stern für mich also keine Ahnung also ich brauch die im Moment nicht wirst du sowieso mit dem Dings wenn man die sowieso nicht mehr braucht mal eben meine 60er Items verbrotzen hier ich habe aber selbstständig für mich die ganzen 60er Items von früher und so kann ich die eigentlich alle verdingenzen könntest du ja weil das sind alles nur gelbe Items ja die kannst du wegmachen jetzt mache ich nur 2400 DPS ich könnte ja noch Glaskern reinmachen aber ganzen Damage den ich dann kassieren würde wäre es nicht wert außerdem brauche ich die 2 Passiven zum recken ja keine Ahnung wenn ich schon Wave of Force drin habe und den Torrent dann muss ich wieder viel recken ich sowieso auch in meinem 60er Bild da kommen die Trümmerteile her diese Trümmerteile wo komme ich die eigentlich her welche Farbe ja keine Ahnung Trümmerteile das ist grau zum herstellen graue und weiße Gegenstände musst du dissen achso na toll ich habe nur blau und gelbe wir haben erstmal die Rausen am Anfang aufgehoben da war eigentlich auch schon ein bisschen nervig ey dass du jetzt schon wieder deinen ganzen Platz für die grauen Items schmeißen kannst man musste beim Eltern auch dran denken ne gibt es neue Weiße muss auch alle aufheben ja 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 ich habe ein Set-Teil ok feuriger Schwefel gut dann bin ich auch soweit eigentlich ich kann mir nur ich kann mir mal was das Schild herstellen ja ich kann mir gerade nämlich nichts mehr herstellen weil wir ja ja aber ich kann dir nicht ich kann dir nicht garantieren dass da gute Stats drauf sind ne achso ja gut egal mach einfach mal ja da sind nämlich jetzt Craps dead oh warte ihm drin ich habe nicht viel viele Metz ja ich auch nicht deswegen ja habe ich gedacht vielleicht hat einer von euch Metz äh noch eins herstellen ja ich kann ja entweder eins mit 100 ne das wird ja nix bringen an plus Damage ich habe jetzt eins wo nur Int drauf ist eins wo nur Wit und Block drauf ist und eins wo Crypt drauf ist na besser immer noch ok hast Glück gehabt hier ja gut doch ein bisschen aber hast du noch Vitality drauf ja gut ey ich habe hier noch das geilste Item in der Kiste ich habe auch noch einen auf meinem Dings auf meinem Dings hier aber guck dir mal an mit Int Bro ja so crap man so gut wie können wir doch dann mal wieder weggepornen was bis 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 疊 bis B